das literarische viertel eröffnet seine pforten am sonntag dem 12 februar ich heiße euch alle herzlich willkommen mein name ist ingo vollenberg und ich bin heute mal wieder alleine hier was erstmal wieder ich bin mal alleine hier denn wie versprochen gibt es community ausgaben und dies ist ein sonntag an dem ich sowohl ein bisschen unsere community durchgehen will auf der einen seite auf der anderen seite möchte ich aber auch über ein thema sprechen das thema heißt heute novellen das heißt ja kürzer als roman länger als kurzgeschichte die novelle ist es die goldene mitte was gibt es für schöne novellen welche könnt ihr mir empfehlen welche kann ich vielleicht euch empfehlen darum geht es heute ich habe kapitel angelegt hier im video das heißt wenn ihr nur das thema novellen habt was euch interessiert dann könnt ihr auch durchskippen das ist kein problem ansonsten möchte ich auch ein kleines community update machen denn es gibt einiges zu erzählen genau draußen schön ungemütlich ich war letzte woche in portugal meine haut ist noch ein bisschen sensibel ich merke dass hier wieder in die kälte gekommen zu sein ich hatte ein paar schöne tage und bin auch in portugal einige bücherläden durchgegangen habe einiges an schöner literatur gefunden dazu später dann vielleicht auch mal mehr aktuell unsere erste vierer besprechung kam diese woche der alchemist haben wir besprochen im vierer quartett mit valandi mit sarah mit joyce und meiner wenigkeit schaut da auf jeden fall mal rein das ist unser erste review es geht bald weiter mit der zweiten und zwar kommende woche donnerstag widmen wir uns dem kind das kind in mir will achtsam morden von carsten dys ich bin sehr gespannt darauf genau ich gebe euch jetzt so eine kleine übersicht was noch in nächster zeit ansonsten kommt danach würde ich dann auf das thema novellen eingehen und schon mal hier vorab gesagt es wird am ende auch ein kleines preisausschreiben geben das heißt ihr könnt tatsächlich zum ersten mal hier auf unserem kanal etwas gewinnen ich habe nämlich ja eine lustige geschichte und ja ich habe etwas zu vergeben da möchte ich dann drauf eingehen aber kurz mal eben was erwartet euch in nächster zeit noch babadunyas letzte liebe von alina bronski besprechen wir auch im vierer quartett in einer großen rezension das ist ein buch was mir persönlich besonders gefallen hat deswegen freue ich mich sehr darauf ihr freut euch allerdings wir haben ja eine umfrage gemacht in unserer community und das lieblingsbuch von euch was ansteht ist the picture of dorian gray schau mal kurz nach ihr habt es mir aufgeschrieben 44 prozent von euch haben das buch unter unseren anstehenden als das favorite buch erkoren deswegen bin ich mal sehr gespannt ob euch da unsere besprechung gefällt das zweitliebste buch war lessons in chemistry aktueller bestseller eine frage der chemie von bonnie garmes da bin ich auch sehr gespannt was da unsere vierer runde wohl dazu sagt also ihr seht es stehen wirklich einige vierer reviews an ich hatte euch abstimmen lassen welche euch am meisten erfreut und genau bonnie garmes mit lessons in chemistry hat immerhin 29 prozent der stimmen bekommen das heißt auch ein bestseller der sicherlich einige interessiert und wir haben seinen kommentaren schon gelesen manch einer über legt soll das lesen soll das nicht lesen wird es dem hype gerecht oder wird es nicht dem hype gerecht ich hoffe wir können da weiter helfen ja ansonsten der alchemist war immerhin auf platz 3 10 prozent der stimmen wir mit ihm angefangen das ja zeigt natürlich dass es nicht wirklich eine ernsthafte abstimmung war sondern ja wir haben die bücher so oder so gemacht und ja da konntet ihr jetzt nicht sonderlich viel beeinflusst und das soll heute beim thema novellen anders sein aber ich habe erstmal noch etwas ich habe nicht post bekommen nicht nur kommentare von euch sondern ich habe ein päckchen gekriegt ich habe schon aufgemacht konnte ich abwarten jetzt wollte es hier machen aber von der lieben corinna habe ich ein buch bekommen birgit rabisch blind copy das bin nicht ich ich fand es ganz interessant ich habe es bei ihr auf instagram gesehen ich verlinke auch gerne bei ihren instagram lieben dank corinna und sie hatte das buch zu vergeben ich finde das hat so etwas telenovela mäßiges vielleicht täusche ich mich da auch völlig also hinten auf den klappentext es sagt nicht so viel über den inhalt aus lustigerweise ist aber ein buch was noch gar nicht so alt ist von 2013 in weinheim vom achter verlag ich bin sehr gespannt ich werde es auf jeden fall lesen ganz lieben dank corinna freue mich natürlich wenn ich da so eine persönliche empfehlung zugeschickt bekommen sie meint das cover täuscht darüber hinweg dass es doch ein sehr guter roman ist und ich bin gespannt weil corinna hat einen sehr guten geschmack wie sie auch schon hier bei uns in zwei sendungen bewiesen hat deswegen lasse ich mich mal überraschen so ansonsten kommentare gab es natürlich auch jede menge ich möchte mal an dieser stelle der lieben tina f danken die hat wirklich sehr sehr regelmäßig kommentiert hat unter fast alle reviews von uns was drunter geschrieben das fällt uns natürlich auf und da gebe ich hier mal den daumen nach oben also das erfreut mich wirklich wenn man da in so einen schönen austausch kommt aber einige tolle hoch ja interessante kommentare mit vielen empfehlungen auch die ich teilweise auch mal mit hier rein nehme und die durchaus mal unsere auswahl beeinflussen können also danke dafür ich bin gespannt wie es da weiter läuft auch übrigens ja fast 550 abos haben wir mittlerweile auch wir hatten ja vor nicht mal vier wochen groß gefeiert 500 und jetzt schon fast 550 also auch da geht's speedy nach oben danke für alle die uns ein abo hinterlassen und wenn du es noch nicht getan hast sehr sehr gerne genau dann kommen wir einmal zum thema novellen wenn es draußen so ungemütlich ist wie aktuell hier war viel krankheit angesagt ja dann ist es natürlich auch schön wenn man was ordentliches zu lesen hat und wenn man zum beispiel mal so einen verregneten kalten sonntag hat und was möchte was man einfach schnell durchlesen kann am wochenende was man vielleicht nicht in die woche mit reinnehmen will weil man da wie viel zu arbeiten hat dann ist eine novelle ja eigentlich ja das ding weil sie ist einfach ein bisschen kürzer ein bisschen knapper dennoch vielleicht interessanter auch als eine kurzgeschichte weil man doch ein bisschen mehr entwicklung darin hat wir haben ja auf diesem kanal einige novellen vorgestellt zum beispiel eine der jüngsten war öden von horwart jugend ohne gott das kam auch relativ gut an wir hatten erst so ein bisschen zweifel ob die ausgabe gut läuft aber mittlerweile haben auch einige jugend ohne gott sich reingezogen und ich fand es war auch eine gute review und es ist eine tolle novelle also ich kann die absolut nur empfehlen mir hat sie sehr gut gefallen nicht so gut allerdings wie meine absolut lieblings novelle und überhaupt der grund wieso ich mich des themas annähere das ist natürlich von stefan zweig die schach novelle die wir letzten sommer rezensiert haben großartig und ich habe sie zweimal und beide male sogar in diesen wunderschön in dieser wunderschönen ausgabe von der bücher gilde gutenberg die ja besondere bücher noch mal neu auflegen und ihnen einen besonders tollen druck verleihen hier gibt es ein paar illustrationen zwischendurch und ich finde es ist echt eine eine ganz tolle ausgabe ich musste stehen ich habe sie in der schule während meiner aufsicht verschlammt ich hatte bibliotheksaufsicht und habe sie da im eingang hingelegt und habe dann eine woche lang gesucht und habe sie mir noch mal geholt weil die gab es bei uns im modernen antiquariat gerade was was eine seltenheit ist also was kriegt solche schätzchen kriegt man nicht immer dort aber dann dachte ich mir will die auf jeden fall wieder haben jetzt habe ich sie zweimal das heißt ich würde sie einmal verlosen und zwar an ein unserer follower und kommentierer jemand der eine novelle vorschlägt die besonders lesenswert ist aber gehen wir erst mal auf novelle ein also was ist überhaupt eine novelle ich habe es ja schon gesagt ist nicht so kurz wie eine kurzgeschichte nicht so lang wie ein roman ich habe immer so ein bisschen im kopf so irgendwas um die 100 seiten gute 100 seiten ich meine es wurde mal gesagt ich meine marcel reichsranitz kehrt mal gesagt roman ab 160 seiten vielleicht auch 200 seiten irgendwie sowas war das aber da kann man sich natürlich drüber streiten aber ich denke gute 100 seiten sind eigentlich so eine daumen regel bei der novelle die novelle widmet sich klassischerweise einem handlungsstrang der aber manchmal eingebettet ist in so eine minimale rahmen handlung also es wirkt dann so ein bisschen wie die haben ein bisschen wie so eine geschichte die am lagerfeuer von jemand erzählt wird und wer da gerade erzählt wird auch noch mit thematisiert ja also oft aus der ich form erzählt also ja genau erste person erzähler und ja es gibt da wirklich einige hervorragende aber es gibt auch einige nicht so gute ich bin mal gespannt man muss sich natürlich dann so ein bisschen die perlen raussuchen novellen beschäftigen sich oft mit recht realistisch anmutenden geschichten also eher keine fantasy wobei ich der meinung bin dass es da auch ausnahmen gibt und auf eine ausnahme will ich auch gleich eingehen ich habe mir vier novellen rausgesucht die ich gerne lesen möchte oder vielleicht vor langer zeit schon mal gelesen habe noch mal lesen könnte und allen voran geht mal von eta hoffmann der sandmann den habe ich tatsächlich noch nie gelesen soweit ich weiß ist es aber eine novelle der sandmann in dieser reklam ausgabe hier 120 seiten in etwa ist eine kommentierte ausgabe und gibt noch einiges im kommentarbereich also gute gute 100 seiten in etwa hat er von eta hoffmann einer der klassiker natürlich der deutschen literatur spooky und ich bin sehr gespannt darauf also ich werde ihn so oder so lesen ihr dürft bestimmen jetzt mache ich eine einzel review zum sandmann oder nicht besprechen wir den als novelle oder wird er einfach mal so abgehandelt dann zwischendurch also ich mache in unserer community eine umfrage und ihr könnt für eins der vier bücher abstimmen die ich euch präsentiere buch nummer zwei murakami wind ist da der erst also das erste buch von murakami was lange zeit auch nicht veröffentlicht wurde weil er sich selber irgendwie ein bisschen dafür geschämt hat ich weiß nicht genau woran das lag vielleicht stand es ihm auch selber sehr nahe ja also er ist so ein schreiben darüber anscheinend rein gerutscht kurze zusammenfassung hier ich habe die englische ausgabe hear the wind sing i sit with the red in jays bar we smoke we drink we eat peanuts we talk about writing we talk about women maybe those really were the good old days erinnert mich so ein bisschen an an hemingway fitzgerald vielleicht so 1920s so von der beschreibung allerdings aus japan murakami wind seine novelle mit der er seine karriere begonnen hat oder habt ihr mehr lust darauf ich habe ihn jetzt schon erwähnt ernest hemingway seine ganz ganz große bekannte novelle ist natürlich der alte mann und das meer die old man and the sea klassiker habe ich natürlich an der uni gelesen und ja ich habe ja amerikanistik studiert deswegen da kam er nicht dran vorbei aber ich lese es gerne noch mal für euch ist auch wirklich sehr knackig hemingway ja ich habe es natürlich auch in englisch hier und in deutsch hier dann ein weiteres englisches buch ich habe es leider noch nicht hier stehen ist der seltsame fall des dr jekyll and mr hyde und mr hyde natürlich im deutschen ich weiß gar nicht wie heißt der im original the strange case of dr jekyll and mr hyde soweit ich weiß das ist meiner meinung nach auch auf jeden fall eine novelle allerdings geht es da ja ins fantastische über beim sandmann ja auch also soweit ich das weiß ich habe noch nicht gelesen aber dr jekyll und mr hyde kennt man ja eigentlich ja aber müsste auch eine novelle sein falls ich hier unsinn erzähle schreibt es mir sehr sehr gerne in die kommentare rein ja ansonsten macht ihr gerne vorschläge was ist eine novelle die ihr kennt und die ihr für sehr lesenswert haltet schreibt sie in die kommentare rein und einen der vorschläge gerne auch mit einer guten begründung werde ich dann prämieren und die person kriegt von mir eine schachnovelle zugeschickt also schreibt gerne kurz rein irgendwie wird gerne schachnovelle gewinnen oder mein vorschlag für schachnovelle gewinnen oder irgendwie sowas und dann weiß ich dass ihr es gerne möchtet und ja dann bin ich gespannt auf eure vorschläge zum thema novellen es gibt mit sicherheit auch einige sehr moderne kenne ich allerdings keine also ich für mich ist das thema novella novella ist ja italienisch soweit ich weiß daher kommt es ein eingedeutschter novelle und für mich ist es auf jeden fall was neues ich habe mich auch zur studienzeit nie gezielt mit novellen beschäftigt aber ich finde es interessant weil ich finde es gerade schön wenn man so schnell auch mal was lesen kann wenn man einfach lust dazu hier zack zack möchte mal was neues möchte mich aber nicht so lange damit auseinandersetzen sondern einen überschaubaren zeitrahmen haben so soweit wäre ich ich schaue gerade ob ich hier noch was habe was ich euch zeigen muss aber ich glaube ich bin die punkte soweit alle durchgegangen wie gesagt ich werde öfter am wochenende mal eine kleine community folge machen und auf das eingeben was gerade so stattfindet rund um das literarische viertel was wenn den besprechungen nicht schaffen und jetzt haben wir ziemlich genau eine viertel stunde das heißt es soll auch ein literarisches viertel sein und deswegen sage ich jetzt auch tschüss an dieser stelle ich setze in die community die abstimmung rein votet gerne für das von den vier werken was ich in einer einzelbesprechung machen soll ich hoffe ich finde gesprächspartner dafür und bestimmt ein ein werk was ihr gut findet eine novelle die absolut empfehlen könnt und dann mache ich noch mal ein zweites voting und werde auch dann die novelle die am meisten stimmen bekommt in einer einzelbesprechung machen und werde auslosen von denjenigen die gute vorschläge gemacht haben wer denn nun die schach novelle von mir bekommt in diesem sinne ein wunderschön sonntag noch oder ein wunderschön start in die woche und ja eine tolle zeit wann auch immer ihr die ausgabe hört bleibt gesund hört so ein bisschen schnupfen habe ich noch und lasst es euch gut gehen bis zum nächsten mal adios